Wir möchten Ihnen, meine Damen und Herren, zeigen, wie viel Spaß Volksmusik macht. Und das werden wir auch heute Abend wieder tun mit einer Lederhosen-Show. Hier ist die Dancefloor Destruction Crew. Viel Vergnügen! Servus! Habe die Ehre! Das kunst vergessen! Yoo-hoo-hoo! Gross! Yes, who's coming! Bayern, die Sammermier! Jawohl! cheering Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Mir kommt's noch, Weißbierbringer. Weißbierbringer, Weißbierbringer, Weißbierbringer. Jungs, schön, dass ihr da seid. Wahnsinn. Servus zusammen, hallo. Unglaublich. Also ihr habt ja mit eurer Crew schon deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften und sogar Weltmeisterschaften gewonnen. Mal ganz ehrlich, wie lange müsste ich trainieren, um mit euch mittanzen zu können? Also wir trainieren schon ein bisschen länger, aber ich denke, wir können mal was probieren und schauen, ob du dafür geeignet bist. Wann jetzt sollen wir was probieren? Ja, wenn das Publikum das will. Naja, aber ich kann das jetzt nicht so schnell lernen, aber habt ihr irgendeine Idee? Wir haben eine Idee. Es nennt sich das Riesenkarussell. Es ist ein Gruppenmove mit sechs Personen und du bist einer dieser Personen. Okay, ja gut. Also ich versuch's gerne. Dann müsst ihr mir sagen, was ich machen muss. Also erst mal das Sakko aus, okay? So. Gut. Ja, 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 ja. So schlimm. Die Hose. Was, die Hose auch noch? Nein. Nein, nein, nein. Okay. Also, okay. Was müssen wir als nächstes machen? Ohne Niche. Was muss ich? Jetzt musst du auf seine Schulter springen. Da drauf. Ja, okay. Also, warte, Niche, bist du? Du bist stabil. Okay, gut. Also. Bisschen kaputt, aber... Eins, zwei und drei. Hopp. So, jetzt. Oh, jawohl. Sieht gut aus. So. Bisher ist es einfach. Was kommt als nächstes? So. Was hängst du dich? Der Alex, ich vorne drin, rein. Und dann? Und jetzt musst du deine Bauchmuskeln, dein Sixpack richtig schön anspannen. Oh, total, ja, ja. Und den Alex in der Luft halten, beim Drehen. Wir drehen uns jetzt gleich zusammen. Wir drehen uns. Ja. Okay. Und die Fußspitze schön oben lassen. Nach hinten, okay, okay. Ich bin die Spannung halten. Ja, okay, ich halte die Spannung. So Spaß haben. Von mir aus geht's los. Auf geht's. So lange halte ich die Spannung da nicht. Oh, oh, oh. Zack, süße. Oh, oh. Ja, ja. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ach, du liebe Güte. Boah, seid ihr wahnsinnig. Boah. Meine Damen und Herren. Ja, mir geht's gut. Die Dance-Fall-Estruction-Crew. Ihr seid ja verrückte Hunde. Vielen herzlichen Dank. Es war ein erlebnisreiches Spektakel mit euch. Mir ist ein bisschen schwindelig. Ich danke euch ganz herzlich. Also, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Danke, der Didi Sie. Vielen Dank euch. Es wird einem ein bisschen schwindelig. Wie so ein Achterbahn-Karussell. Aber war schön. Wie so ein Achterbahn-Karussell. Wie so ein Achterbahn. Wo es da war.